Und nur kurz verschreiben, Mann. Sorry. Tja, gute Frage. Auf THW hätte ich jetzt eigentlich auch schon ein bisschen Bock. Aber alleine irgendwie. Ja, du versagen wir die ganze Zeit mit uns mit, wenn du einer von uns erschossen wird, dann wiederbelebst du ihn sofort. Kapo geht das das Kapo rein, Mann. Uiuiui. Hat auch gesagt. Achso. Ich wäre nochmal schnell zum Haus, oder? Ich überlege gerade ehrlich gesagt auch, ob ich noch als Kopf gehe. Ich glaube, wenn da jetzt als Kopf irgendwie alle reingeht, surfiert oder so, habe ich jetzt auch keinen Bock über für das zu machen, dann werde ich wahrscheinlich als THW ein bisschen zocken. Ja, ich habe gerade die Kopf am Sack. Wo bist du? Barkers Richtung Airfield beim Bark-Dealer vorbei. Ich glaube schon. Sirene haben sie mal nicht an, dann machen wir mal eine Kurve hier. Na ja, wenn sie keine Sirene haben, dann wollen sie dich nicht an. Jetzt haben sie Sirene an, dann machen sie dich an. Na toll. Das ist der Sound der Abyss. Wo bist du, hast du gesagt? Äh, gleich wieder beim Sack wieder, Xavier. Häng dir einfach ab, die fahren dann in den Unfall. Wolltest du was zu kaufen, oder was? Gar nicht eigentlich, finde ich nicht. Wollte ihn zum Airfield fahren. Bist du vorhin verreckt? Äh, ja, wurde schon im Kopf gekillt. Ja, das ist eine Fallung, dass die Leer, dann bleibst stehen. Also eigentlich dürfte da jetzt Dix großartig... Ja, ich fahre einfach auf die Rebellenseite. Spaß muss mir geben, wenn ich Glück habe, erwischt die Glammung. Das ist irgendwer anderes, der dich hochnehmen will. Ja, ich fahre einfach auf die Rebellenseite. Kann ich mir angehen, wenn ihr da lustigen Sirene schubt jetzt noch ein bisschen. Gut. Ja, dann packe ich ja auch meine Karre rein, aber dann weiß ich nicht, ob ich... Ifrit, leck mich im Rettich. Kommt mir an Ifrit entgegengezogen. Hat dich der disabled? Nee, aber fast. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich jeder den Ifrit verfolgen. Nee, die verfolgen immer noch nicht. Was? Ja. Ja, jetzt musst du aber... War das ein Polizei-Ifrit? Äh, glaub nicht. Nee, die gehen noch nicht. Ach so. Jetzt musst du nur hoffen, dass der Grenzposten offen ist und dass die dich nicht weiterhin verfolgen. Kann ich es ja nicht schon als irgendwie... als Gefahr wahrnehmen? Sollen sie mich holen, oder was? Oh, und da hat es geknatscht. Das wollen die mich... Lol, die fangen mir unten rein, du Sack. Hä? Jetzt darf ich ballern, oder? Nee. Aber die dürfen auch noch nicht ballern. Jäger. Patrick? Du hast mich doch kurz vor der Orantour noch mal zum Haus gefahren. Mit Waffengewalt disabled, oder mit dem Fahrzeug? Mit Fahrzeug. Äh... Das ist permanent. Ich konnte nichts mehr machen. Es hat einfach von alleine permanent Vollgas gegeben. Ich bin gerade im RP. Ist von dem Cop gestorben, oder ist er so gestorben? Bob! Das Auto hat alles elektronisch, da ist kein Seil mehr oder so, und das Steuergerät hat irgendeinen Fehler. Die Lichter blinkten innen drin, ähm, wie, wie, keine Ahnung, um Karneval oder so, und das Gaspedal ist einfach nach innen geklappt. Das ist gar nichts mehr passiert. Mit vier Morden rausgeredet. Also... Was? Jaja. Der kann das. Der hat die Silberzonger. Äh... Aber trotzdem können sie doch bremsen. Die hat auch nicht mehr gehört. Oder die Handbremse ziehen. Da hat gar nichts mehr reagiert. Die Handbremse ist ja auch schon elektronisch. Mit Magnetverschluss. Keine Ahnung, da klappte gar nichts mehr. Ich werd die Karne sofort verschwunden. Den Motor rausmachen, oder halt... Irgendwie hätten sie doch den Aufmerksam machen können. Das hat einen Starterknopf. Mikrofon aktiviert. Aber was, was wir mich auf die Idee gebracht hätten, ich hätte mal einen Chip schlüssel aus dem Fenster werfen können. Dann wär ja durch die Entfernung automatisch, äh, Notsignal angegangen und der Motor müsste ausgehen. Normalerweise. Aber, naja, es ist ja so ungefähr auch glimpflich ausgegangen. So halbwegs. Die Airbags haben halbwegs funktioniert. Patrick, hast du jetzt ein Auto draußen oder ein Heli? Auto. Ah, ok. Welche Richtung gerannt. Komm zu dir. Ja, da würde ich mal zum Mechaniker gehen. Ja, am besten die Karne zu der Werkstatt hinbringen und wieder zurückgeben. Ich habe hier Garantie drauf. So Fehler haben sich die Firma nicht leistet. Ja, also das ist schon recht gefährlich. Sie haben ja... Wo bist du? Komm zu dir drauf. Äh... Äh... Ja. Ja, es tut mir auf jeden Fall herzlichst leid. War keine Absicht. War ein technischer Fehler von der hässlichen Marke. Äh... MWB. Die Firma... Kommen Sie bloß kein Auto, das ist so ein Ostblock. Weg damit. Nein, nein. Keine Angst. Ich bin da mehr so... Ort... Fan. Äh... Äh... Ja... Auto, Alter. Aber halt in Zukunft... Ja, ich fahr kurz zur Garage, es stand da unten rum. Äh... Bei Nachts immer Lichts anhaben. Emo. Sie haben da vorhin gerade bei der Verfolgungsjagd gemerkt, die... Zeuge, die entgegen kamen, haben sie nicht gesehen. War ganz brenzlig. Wir hatten schon Angst um sie. Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, ich habe ja auch schlicht ursprünglich angehabt, aber auf einmal spinnte da alles irgendwie. Hat geflackert und weiß ich was. Die gingen ja voll die Disco ab, am Armaturenbrett. War ja echt schlimm jetzt. Mikrofon activated. Ja, ja. Ja gut, äh... Ich glaube, sie sind mit diesem Fahrzeug schon genug gestraft. Wir belassen's mal bei einer Verwarnung. Soll ich an das Backe? Vielen Dank. Mikrofon activated. Ach, ja, ganz... Also dann... Ja. Schönen Abend noch, ne? Ja, danke. Ihnen auch. Mikrofon activated. So, ich habe nur eine Verwarnung bekommen. Bumm. Okay. Irgendeine Verfolgung. War nicht. Ich habe einfach mit mir rausgeredet, ja, Steuergerät hat irgendein Fehler, ist Neuwagen. Ähm, da ist ja alles schon elektronisch gesteuert. Und das Gaspedal ist einfach reingeklappt. Die Handbremse funktioniert auch nicht wegen Magnetschalter und so. Auch vom Steuergerät geregelt wird. Wird dazu gesülzt. Oder Ende. Wer soll sie nie ein Auto aus dem Ausblock kaufen? Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt noch eine drin habe. Ja, voll teuer. Alter! Neben mir schießt eine? Ja, ja, hier in der Tira. Wer? Also, die können sie ja nicht einfach erschießen. Die müssen eigentlich jetzt noch. Achso, die, die, die. Der eine zielt da blöd auf den Auszug. Weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, wer da gegen wen kämpft. Wahrscheinlich noch NDF und der eine Typ vom Hemet. Der Hemet, der steht ja hier. Und der eine steht da nicht. Und zielt blöd rum. Info, das tut mir so leid. Das ist so geil. Aber das war gut gemacht. Ey. Vor allem hast du mich schon in der Stimme erkannt. Fuck ey. Achso, das war so geil ey. Ah ne. Oh, jetzt stirbt er gleich. Ja, das... Ah. Jetzt sind die beiden im gleichen Haus. Oder einer ist beim einen Türchen, der andere beim anderen Türchen. Und der öffert. Ein Gravier... Langweilig, schießt euch mal tot, bitte. Ich will was Interessantes sehen. Der Stadt... Ah, ne SBMG, aber keine Munition, Mann. Wenn einer hier ne dicke Wurme hat, dann hat er keine Munition. Hallo Polizei, hier ist ein gewalttätiger Mensch und da oben ist gleich noch einer. Außer Moritz E. Das sind zwei Gewalttäter. Das sind zwei gewalttätige Menschen. Die schießen hier rum. In dem hässigen Gebäude hier. Ja, wir gehen schon zusammen. Wir wollten nur grad mit einer Software eine kleine Schlacht machen. Am Marktplatz. Deswegen... Ja... Ja... Nicht so am Marktplatz, schon außerhalb, ne? Was halten sie denn mal davon, wenn sie hier mal stehen bleiben? Warum rennen sie die ganze Zeit gegen? Genau, der hat irgendwie Zückungen. Ich glaub, der hat noch ein Kugel im Poloch. Ach... Ja gut, aber... Ihnen ist klar, dass sie hier keine Software-Schlacht zu machen haben. Davon abgesehen, bezweifle ich, dass es eine Software-Schlacht war, weil die Waffen, die sie auf den Brücken haben, ganz anders aussehen wie Software-Waffen. Des Weiteren befinden sie sich hier nicht desto trotz am Marktplatz. Vielleicht nicht direkt am Marktplatz, aber wer weiß, wo sie mit ihren Software-Waffen hinschießen. Es ist äußerst verantwortungslos und absolut... Absolut, ja... Unfair den anderen gegenüber, die jetzt hier nämlich keine Waffen auf dem Rücken haben und die ganze Zeit Angst haben, weil hier irgendwelche Leute meinen, sie müssten eine Software-Schlacht machen. Die auch noch anscheinend aus derselben Gruppierung sind, sonst hätten sie ja das selbe Symbole auf der Schulter und dann hier eine aufbährt, die... Also, muss ja wohl nicht sein. Verstehen Sie mich? Können Sie wenigstens mal irgendwas sagen? Ja, ich verstehe Sie. Ja. Fänden Sie das denn voll? Fänden Sie mal vor, Sie laufen hier rum ohne Bewaffnung, noch relativ, ja, nicht so in der oberen Schicht wie Sie, und hier ballen auf einmal Leute mit... mit Waffen rum? Hätten Sie Angst, oder würden Sie sagen, ah cool, stell ich mich mal dazu? Das ist absolut nicht gut für den Marktplatz, für die Wirtschaft von, äh, Altis oder sonst noch irgendwas. Das ist überhaupt nicht gut für niemanden. Wenn Sie eine Software-Schlacht machen wollen, dann machen wir das entweder im Kriegsgebiet oder da, wo es jemand mitbekommt. Ach, die kann ich auch mit Ihnen in mein Schlafsimmer machen. Spaß. Spaß, nicht weit verstehen, nur nicht weit verstehen. Warnung, Spaß. Ja, okay dann. Alles klar, wir haben es verstanden. Jo. In Zukunft keine Software-Schlachten mehr hier. Jo. Jut. Gibt's sonst noch was? So. Im Grunde genommen, fand ich das gerade eigentlich gar nicht so lustig, was Sie da gerade gesagt haben. Wieso? Ja, weiß nicht. Ich konnte nicht lachen. Haben Sie doch schon mal was vom Respekt gehört? Gegenüber der Polizei, oder? Ja. Ja. Warum bringen Sie uns den da nicht hin? Keine Ahnung. Ich wollte jetzt eigentlich wieder nach Hause, wollte jetzt mal nachfragen, wie es jetzt hier aussieht. Tut mir leid, ich wollte euch ja jetzt nicht persönlich angreifen oder so. und ich jetzt ganz gerne von Ihnen die Ausweise gesehen hätte. Von Ihnen beiden. Der Herr mit dem Helm hier hinten und von Ihnen. Moment. Der ist in meiner rechten Hochzeugtasche. Ich guck' noch. Okay. Bitteschön. Wunderbar. Der hat noch mal Schakka zu tun haben. Bitten wir uns einmal. Naja. Das Gelände dürfen wir ja auch. Könnt ihr meine anderen Kollegen hier eben... Könnten Sie nochmal herkommen? Ich hab den Ausweis... Können Sie mir den nochmal zeigen bitte? Ich bin leid. Ja hier bitte. Bobala. Okay. Gut. Könnten Sie eben mal Ihren Helm und Ihre Maske vom Gesicht nehmen, dass ich die auch mal sehe, dass ich das Lichtbild vergleichen kann. Wunderbar. So. Nehmen Sie mal kurz nochmal die Brille hoch, dass wir eben hier Ihre... ... an Augen ziehen und das Gesicht vollständig. So. Alles klar. Ja. Okay. Das passt. Gut. So. Für das Softair-Spiel am Marktplatz, so wie Sie es nennen, müssen wir auf jeden Fall dein Bußgeld verhängen. Hätte ja auch anders ausgehen können, aber ich denke, Sie sollten auch mal lernen, die man sich mit der Polizei unterhält. Und dass man solche Späße in Anführungsstrichen nicht macht. Ja. Ich sehe das jetzt hier mit der Beamtenbeleidigung an. Da sollen wir gerade eben den Bußgeldkatalog nachschauen, was da veranschlagt wird. Einen Moment. Ich habe Sie beleidigt. Ich tue mir nochmal leid. Entschuldigung. Okay. Okay. Einen Moment. Einen Moment. Einen Moment. Einen Moment. Ja. Einen Moment. Einen Moment. Okay. Dann müssen Sie unten rechts auf den Knopf drücken, äh, mit dem Finger, also was heißt Knopf, auf dieses, auf diese Fläche draufdrücken mit dem Finger und dann mit der OK-Taste bestätigen, ja? Jo. Bitteschön. So, wunderbar, vielen Dank. So, dann noch zu Ihrem Popala. Ja. Ach, das geht. Egal, von dem Ticket können Sie sich ja eine Jacke holen oder so. Ja. Die Wester hält ganz zusammen. Ja, ein paar steht. So hat ein Popala. Okay. Das sieht jetzt aber nicht so ganz gut aus. Da hat sie mal das Software-Spiel in ganz schöne Bedrängnis mitgebracht. Gut vermorst, grobe Schmucke. Da haben auch eine Schlachter dabei. Nein. Nee. Ich hab sie ja auch gar nicht angefangen. Ich glaub, sie damit angefangen haben oder nicht. Sie sind ein gesuchter Schwerverbrecher. Wie? Nein. Ich glaub nur, ich wollt hier wegfahren. Also, das wollt eigentlich. Ich weiß nicht, wie kam der Kollege und hat nicht gesehen, wie geht's da. Und wie man da sieht, wie geht's da. Ich bin aber weg, ne? Ich bin aber weg, ne? Ich bin aber weg, ne? Wieso bist du weg? Dann bleib doch hier. Wieso Rette ist weg? Das weiß doch ich nicht. Ähm, ich bin nicht fertig. Mit Ihnen noch nicht. Er hat seinen Straftatel vergehen können. Also, wir haben 5-fachen Mord draufstehen. 5-fachen Mord, Drogenschmuggel und 2-mal Raub. Ich hab doch gar nicht. Doch! Also, ich kann noch gar nicht daran erinnern. Also, die können sich da nicht erinnern. Ja. Da würd ich mal weniger Drogen fressen. Okay, wir haben mehrmals im Auffall. Nö. Gutsch, äh... Gutsch, äh... Ja, Herr Burriller. Da haben Sie sich jetzt hier nicht erinnern können. Ähm... Will ich jetzt... Sie erstmal hier mit vorne sich festnehmen. So. Sie sagten, es ist Ihr Fahrzeug hier, ja? Ja, das ist meiner. Okay. Haben Sie jemanden in der Nähe, vielleicht der Kollege, der gerade weggerannt ist, ähm... der das hier mitnehmen kann? Oder... Nö. Okay, weil dann muss ich das Fahrzeug nämlich abschleppen, Mo. Nö, ich kann ruhig hierbleiben. Nö, ich kann das nicht... Ich kann das nicht hier lassen, weil da laufen ja Gefahr, dass, äh... Leute kommen, die das, äh... versuchen aufzuknacken. Und dann versuchen, was weiß ich, das zu verkaufen oder ähnliches. Nö. Nein, ich hab da nichts drin. Nö, darum geht's ja nicht, ob Sie da was drin haben oder nicht. Es geht ja darum, dass... Schauen Sie her, das Fahrzeug steht jetzt hier dann, wenn wir Sie jetzt gleich mitnehmen. Unbeaufrichtiger Marktplatz. Wenn ja... Wenn das länger unbeaufrichtiger Marktplatz steht, dann darf dieses Fahrzeug... entwendet werden. Und das möchten wir mit der Beschlagnahmung. Das Fahrzeug ist natürlich umgehen. Okay. Waren Sie bitte in die andere Richtung. Also, dann werde ich jetzt Ihr Fahrzeug... äh... beschlagnahmen, ja? Ne, warten Sie bitte. Ähm... Ich... Kann ich dann... mein Kuppel... äh... die Schlüsse sehen? Also... Ja, natürlich. Also... Ich werde ihn dann, äh... zu ihm nach Hause bringen. Zu... seiner... Familie. Gut. Dann mache ich sie immer noch mal schreien. Wenn die ihm grad in die... Schüsse zu machen. So, haben Sie das? Ja, hallo. Hallo. Gut. Dann nehme ich sie jetzt mit. Hallo. Sie können doch nicht mit dem kaputten Fahrzeug hier rumfahren. Menschen, Kinder. Ja, da ist die nicht mehr Werkstattfahrer hin. Oh, falsche Richtung. Entschuldigung. Ne, wir fahren da mit Sicherheit nicht hin. Fahrzeug ist nicht so mit Straßenzulässig. So. So. Ah, ich glaub ich hab ihm vielleicht noch ein paar Reifen. Hehehehe. So. Keep it chill. Just once, once. To the D&B. Radio. Oh. Oh, man. Keep it. Äh, Polizei nicht dann machen. Cool. Ah, we should've. Oh, man. Ah, ja wir müssen gleich. Ja. Oh, ja, ja. Das ist kein Paar. Oh, ja, ja, ja. Dann, ja, ja, ja. Ich hab suceder. Also die, ich hab in KMG, fähig gehauen. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab in KMG. Da, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020